Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine einfache Möglichkeit, einen Mediaserver im eigenen Laden aufzusetzen. Was wir brauchen, ist natürlich dafür grundsätzlich ein Rechner, auf dem genug Platz ist für unsere Mediadateien oder im schlimmsten Fall ein Rechner, an dem wir noch eine externe Festplatte anschließen können. Und wenn ich jetzt nachfolgend nur noch von Filmen rede, dann gilt das Gleiche natürlich ebenfalls für Audiodateien oder auch für Bilder, die wir mit der Digitalkamera aufgenommen haben. In diesem Video zeige ich jetzt Jellyfin als Mediaserver und in einem der folgenden Videos folgt dann noch MiniDLNA als Server. Beide Server haben ihre ganz bestimmten Vorteile, die im Umkehrschluss im Grunde die Nachteile des jeweils anderen Servers sind. Wenn Sie am Ende beide Varianten kennen, dann können Sie am besten abschätzen für Ihr Einsatzszenario, welches die sinnvollere Variante ist. Ich mache das Ganze jetzt hier mit Docker, weil das am einfachsten und ebenfalls habe ich die Möglichkeit, einfach beide Varianten zu installieren, gleichzeitig, die am Ende auf die gleichen Filme zugreifen und dann kann ich je nachdem, entsprechend Vorteil, Nachteil, einfach die Variante benutzen, die sinnvoller ist. Das Video hier ist Teil einer ganzen Serie von Docker-Videos. Wer also hier was sieht, was er noch nicht kennt, einfach im schlimmsten Fall die ersten Videos schauen, dann ist man da auf dem aktuellen Stand. Ich habe mich jetzt hier schon auf meinem Rechner auf Docker aufgeschaltet und ich sehe hier auch schon alle Container. In meinem Fall ist das nur einer, der da läuft. Wir müssen gleich darauf achten, dass die Ports, die hier schon von diesem Container benutzt werden, hier vorne die 8000 und hier die 9443, dass die also von den anderen Containern, die danach kommen, nicht auch benutzt werden. Da muss man immer darauf achten, wenn man neue Container erstellt. Der zweite Schritt, wir gehen ganz nach unten hier auf Portainer, auf Settings und prüfen, ob wir hier die entsprechende URL drin haben, bei unseren App-Templates, bei den Vorlagen für unsere Container. Wenn Sie da eine andere URL drin haben und bei Ihnen nicht Jellyfin dabei ist, dann einfach die URL hier eintragen, die finden Sie über die Beschreibung unter dem Video verlinkt. Also die da rauskopieren, hier einfügen, speichern. Danach haben wir das Ganze nämlich hier unter den App-Templates und da kann ich hier einfach nach Jellyfin suchen. Und dann poppt das hier auf, draufgeklickt und losgelegt. So, einen Namen können wir hier frei wählen. Die Benutzer-ID, die passt wahrscheinlich in den meisten Fällen ebenfalls. Ich ändere das ab auf 0 und 0, denn bei mir läuft das Ganze auf einem Proxmox LXC und da ist nur ein Benutzer überhaupt unterwegs, dass der Benutzer ruht. Und deswegen hat der die ID 0. So, die Zeitzone, die kann ich belassen. Amsterdam ist nah genug dran, beziehungsweise die gleiche Zeitzone. Die IP hier muss aber geändert werden in die Host-IP. So, das ist bei mir hier die 83, also ändere ich das hier auch. Dann fahren wir nach unten, klicken hier auf das Plus für die erweiterten Optionen. Da haben wir die Ports, die hatte ich gerade angesprochen. In meinem Fall wird kein Port bereits belegt. Ich muss das also nicht ändern. Wenn Sie schon weitere Container haben und eine Doppelbelegung liegt vor, einfach hier den Port entsprechend ändern. Nicht diesen Port ändern, nur den Port auf dem Host. Da können Sie frei wählen, solange er nicht belegt ist. Bei mir, wie gesagt, nicht der Fall. Insoweit, ich kann das lassen. Ich gehe weiter nach unten. Hier haben wir die entsprechenden Verzeichnisse, die von unserem Container benutzt werden. Das erste ist das Config-Verzeichnis und jedes Verzeichnis wird nach einem entsprechenden Muster angelegt. Das Muster in diesem Fall ist halt Volume 1, dann der Name, worum es geht, Docker. Dann der entsprechende Container, um den es geht, Jellyfin. Und dann, worum geht es bei den entsprechenden Dateien. In dem Fall hier die Config-Datei. Wenn Sie da ein anderes Muster haben, das entsprechend einfach abändern. Für mich passt das hier sehr gut. Was allerdings nicht passt, ist, es gibt ein eigenes Verzeichnis für TV-Shows. Da plane ich nichts. Das Verzeichnis hier, beziehungsweise den Eintrag, den kann ich entweder löschen oder ich ändere das Ganze ab. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auch noch ein Verzeichnis für Audiodateien nachher haben. Dann kann ich das hier problemlos ändern. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe noch nicht genug, ich muss noch mehr, dann einfach hier entsprechend hinzufügen. Und nach dem gleichen Muster weitere Verzeichnisse anlegen. Ich lege jetzt hier einfach ein Verzeichnis Fotos an. Der Host-Eintrag, der fehlt mir jetzt hier noch. Den kriege ich, wenn ich hier auf Bind klicke. Und dann können wir das hier, na gut, dann halt hier oben, Copy, Paste, Fotos. Natürlich kann ich hier jetzt auch ein zweites Verzeichnis für Filme anlegen, wenn ich zum Beispiel eine externe Festplatte noch habe, die auch noch nachher gezeigt werden soll. Oder auf die Filme, auf die ich dann trotzdem noch zugreifen möchte. Ich kann die Geschichte aber auch problemlos später noch ändern, wenn jetzt zum Beispiel zuerst mal mit dem Standardverzeichnis hier gestartet werden soll. Und man erkennt dann, okay, ich habe doch zu viele Filme. Und dann später einfach das Verzeichnis umbiegen auf die externe Festplatte. Und so einfach den entsprechenden Eintrag hier ändern. Sind wir fertig, klicken wir auf Deploy Container. Beim allerersten Mal wird das Ganze aus dem Internet runtergeladen und dann eingerichtet. Ich kriege hier meine Erfolgsmeldung. Das heißt, das hat problemlos funktioniert. Damit ist die eigentliche Installation des entsprechenden Containers abgeschlossen. Der nächste Schritt ist jetzt die Einrichtung von Jellyfin. Das fassen wir etwas kurz, weil gehört streng genommen nicht zum Thema. Wir greifen auf Jellyfin über den Port 8096 zu. Wenn Sie den ursprünglich doppelt belegt hatten und entsprechend geändert haben, sieht das natürlich bei Ihnen anders aus. Dann haben Sie da eventuell einen anderen Port. So, auf den greifen wir zu. Und beim allerersten Mal werde ich gebeten, das Ganze überhaupt erst einzurichten. Also klicke ich mich da schnell durch. Benutzername, nenne ich jetzt einfach mal Admin. Passwort kann ich weglassen. Dann wird das Ganze nicht Passwort geschützt. Muss mir da für meinen Fall hier keine Sorgen machen. Insoweit kann ich das einfach so wegklicken. Medienbibliothek hinzufügen. Dann können wir hier eben sagen, hier geht es um Filme. Wir haben hier... Genau, Filme. Ah, da Verzeichnisse hinzufügen. Wenn wir eben mehrere Verzeichnisse für Movies definiert hatten oder hätten, dann natürlich jetzt hier das Ganze einfach zweimal durchspielen. Okay, hinzufügen. Und dann hier mit einem weiteren Klick das zweite Verzeichnis für Filme ebenfalls hinzufügen. Bibliothekseinstellungen. German. German. Okay, die entsprechende Einstellung verschiedener Arten. Alles erlauben. Echtzeitüberwachung aktivieren. Great. Ah ja, hier, das wird entsprechend abgefragt. Entsprechend der Filme, das werden wir gleich sehen. Ich klicke auf OK, damit wir hier weitergehen. Metadatensprache. Weiter. Externe Verbindungen lasse ich natürlich nicht zu. Jedenfalls nicht direkt auf den Rechner. Über einen VPN-Server überhaupt kein Problem. Denn ja, natürlich mit jedem Handy, mit jedem Tablet kann auch von draußen dann nachher problemlos hier ein Film geschaut werden. Das ist ja wohl das Mindeste. Aber nicht eben über einen direkten Fernzugriff, sondern man geht dann über einen VPN-Server hier ins LAN rein und kann dann eben alles machen im LAN. Unter anderem auch Filme schauen. So, ich bin fertig. Wir klicken da drauf. Wir melden uns an zum ersten Mal. Ich habe jetzt schon einige Filme mal rüber kopiert. Das wird ein bisschen dauern. Klicken wir uns hier mal rein. Die kommen jetzt hier nach und nach rein. Das sind Filme, die in den USA in der Public Domain sind. Es gibt dafür eine entsprechende Seite auf Wikipedia, welche Filme das sind. Und da steht auch immer ganz interessant dabei, warum die Filme in der Public Domain sind. Teilweise, weil am Anfang, ich sage mal, der entsprechende Hinweis vergessen wurde von den Urhebern. Und teilweise, weil in den USA dieses Urheberrecht wohl verlängert werden muss. Das wird teilweise nicht gemacht. Und deswegen sind die dann eben raus. Ist eine ganz interessante Geschichte. Link natürlich in der Beschreibung. Aber deswegen kann ich diese Filme hier eben auch zeigen. So, jetzt haben wir sie alle da. Und der Grund, warum das Ganze hier in Deutsch angezeigt wird, ist, weil ich das eben entsprechend eingestellt hatte mit Deutsch. Denn die Filme hier sind natürlich alle in Englisch, inklusive der Tonspur. Denn nur weil der in den USA Public Domain ist, heißt nicht, dass der deutsche Film, also mit der deutschen Tonspur, der muss deswegen nicht in der Public Domain sein. Und ja, Hondo war nicht da. Deswegen habe ich Mecklintock genommen. Damit wäre die Einrichtung fertig. Das hier läuft auf jedem Endgerät, auf dem mindestens der Firefox oder der Google Chrome installiert ist. Dann können wir das nämlich genauso auch aufrufen. Natürlich gibt es für Android, für iOS weiß ich es jetzt nicht. Ich habe es nicht geprüft, aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Für Android gibt es eine entsprechende Jellyfin-App. Die bereitet das Ganze genauso auf. Läuft dann eben auf jedem Handy und auf jedem Tablet. Und der Vorteil, den das Ganze hat, den sieht man natürlich direkt. Das ist sehr schön aufbereitet. Wenn ich jetzt hier mal einen Film auswähle, dann haben wir eben das Bild. Wir haben hier die Titel, Länge, Datum, Bewertung. Das sind die Daten, die hat er sich aus dem Internet geladen. Das macht er bei jedem Film dann entsprechend. Eben Qualität des Videos ist natürlich entsprechend alt und deswegen nicht so gut. Wir kriegen hier eine Zusammenfassung, worum es geht. Wir können den Film hier starten, als geschaut markieren. Oder eben auch noch bewerten. Kommen wir zu einem vermeintlichen Nachteil. Je nachdem, welcher Film abgespielt werden soll, scheint das recht anstrengend für die CPU des Rechners zu sein. Als wenn Jellyfin die Filme nochmal neu kodiert oder rekodiert. Haben wir festgestellt, wir hatten das Ganze vor ein paar Tagen in unserem Twitch-Stream. Und da hatte ich den Testrechner mit vier Kernen und da hat er durchaus 66% der ganzen Rechenpower verbraucht für einen Film, den er da abgespielt hat. Da kann das natürlich durchaus eng werden, wenn man sagt, man schaut mit zwei Leuten einen Film oder jeweils eigene Filme. Also deswegen, das könnte der Nachteil sein. Das wird nämlich Mini-DNH nicht haben, dieses Problem. Okay, aber damit wären wir dann hier am Ende fertig. Können wir uns den Film anschauen. Einfach starten und es geht los. Abschließend soll natürlich noch gezeigt werden, wie kriegen wir das Ganze mal geändert, die Verzeichnisse, wenn wir es denn brauchen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Solange wir im Grunde auf dieselben Verzeichnisse zugreifen, könnten wir den Container komplett löschen und nochmal neu machen. Solange die Einstellungen, die Verzeichnisse gleich sind, wird er einfach die alten Geschichten weiter benutzen. Wenn Sie allerdings sagen, ja, will ich gar nicht jetzt eingehen, das Risiko. Wir können hier problemlos den Container anhalten. Klicken wir rein, stoppen wir das Ganze. Ist erfolgreich angehalten. Dann können wir das nämlich hier editieren. Und da suchen wir uns einfach unsere Verzeichnisse raus. Volumes. Und hier können wir jetzt anfangen, entweder zum Beispiel das hier auf die externe Festplatte umzulegen oder eben Map Additional Volume. Einfach hier draufklicken und dann auch wieder weiter. Wenn wir dann am Ende fertig sind, einfach wieder nach oben. Ja, alles drin. Gut, dann Deploy. Den alten ersetzen. Gut, ich habe jetzt in dem Moment auch nicht wirklich was geändert. Insoweit ist das kein Problem. Das Ganze läuft wieder. Ja. Und wenn ich jetzt hier drauf zugreife, ist immer noch alles da. Damit wären wir also hier am Ende angekommen und dann, wie ich schon erwähnt, im nächsten Video Mini-DLNA entsprechend konfiguriert. Natürlich auch in Docker, dass es die gleichen Verzeichnisse benutzt, damit wir eben nicht jeden Film zweimal haben müssen. Okay. Okay. Okay.